Es gibt Menschen, die wirklich nach Hause gehen und glauben, ich bin Dieter Bohlen. Guckst du dir besonders viele Sendungen von Dieter an? Nee, gar nicht. Also ich gucke zwar ab und zu mal die Sendung von Dieter Bohlen, aber ich bin von Natur aus. Also ich bin auch nicht operiert. Ich trage meine Haare schon immer so, meine Klamotten, okay. Was würdest du an Dieter Bohlen kritisieren? Ach, Dieter Bohlen ist schon in Ordnung. Also ich meine, ich lebe ja mit ihm sozusagen. Und es wäre jetzt schlecht von mir, da irgendwas Negatives zu sagen, weil Dieter ist Dieter und man muss ihn mögen oder nicht. Würdest du sagen, du hast den Freak Faktor in dir und in dir geweckt? Ja, ich habe einen mega Geilen hinter mir oder vor mir oder wie auch immer. Weil so abgedreht, wie ich bin, das gibt es eigentlich nicht nochmal. Außer das Original natürlich.